Im Reitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem bolschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Joseph Ulrich, zugespielt. 7,54 Meter, jetzt auf, 7,64 Meter, 20 Zentimeter weiter als lang, nun wieder los. 7,84 Meter, der Wittscher führt. Oben. 7,87 Meter, wieder 30 Meter weiter. 7,87 Meter, wieder 30 Meter weiter. 7,87 Meter, jetzt auf, 3,5 Meter weiter. Das ist so krass. 5,6 Meter. Und hier, 4,5 Meter weiter. 6,6 Meter weiter. 8,10 Meter. 7,87 Meter, so weit wie oben, neuer Europa-Rekord nicht, so weit wie oben, neuer Europa-Rekord nicht. Und nur noch einmal, jetzt oben. Und nur noch einmal, jetzt oben, neuer Europa-Rekord nicht. Und nur noch einmal, jetzt oben, neuer Europa-Rekord nicht. Und nur noch einmal, jetzt oben, neuer Europa-Rekord nicht. Und nur noch einmal, jetzt oben. Und noch einmal, jetzt oben, neuer Europa-Rekord nicht. Und noch einmal, jetzt oben, neuer Europa-Rekord nicht. Und noch einmal, jetzt oben, neuer Europa-Rekord nicht.